Drei Tage sind es noch bis zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein und in diesem Video wollen wir mal ein letztes Mal vor der Wahl auf den aktuellen Stand der Umfragen blicken. Der Stand der Dinge ist der 4. Mai 2017 und zwar zum Zeitpunkt 9.01 Uhr und es hat sich seit dem letzten Video in der vergangenen Woche noch ein bisschen was getan. Es sind nämlich drei neue Umfragen reingekommen und endlich auch mal Umfragen, die nicht nur alleine von Infratest DIMAP stammen, denn ihr seht es ja hier auch an dieser Zusammenstellung, im Grunde gab es dieses Jahr nur Umfragen von Infratest DIMAP und es fehlte auch ein bisschen Vergleichswerte von anderen Meinungsforschungsinstituten. Die haben wir aber jetzt bekommen mit der Forschungsgruppe Wahlen, mit einer Umfrage vom 27. April bzw. die Ergebnisse sind vom 27. April und ein Ergebnis von INSA ist auch noch reingekommen am 29. April. Und da sehen wir, es hat sich tatsächlich noch etwas Wichtiges getan, denn in den drei neuesten Umfragen, auch von Infratest DIMAP, liegt jetzt jeweils die CDU vorne. Bei der Forschungsgruppe Wahlen steht es 32 zu 30% für die CDU, bei Infratest DIMAP steht es 32 zu 31% für die CDU und bei INSA ist der Vorsprung am größten. Dort beträgt er nämlich 4 Prozentpunkte und die CDU liegt bei 33%, die SPD damit folglich bei 29%. Und das würde also bedeuten, dass die CDU diese Wahl gewinnen wird, wie vor fünf Jahren. Und die Frage ist, die wir gleich auch mal betrachten wollen, kann die CDU dieses Mal eine Koalition schmieden? Oder wird die SPD trotz des zweiten Ranges, den sie momentan in den Umfragen hat, weiterhin eine Regierungsmehrheit haben? Das werden wir also gleich blicken, schauen wir ganz kurz aber auch noch auf die anderen Parteien, die man hier sehen kann. Da sehen wir, dass die Linkspartei momentan so um diese 5% herum schwirrt. Sie ist manchmal darunter, wie bei Infratest DIMAP, sie ist genau drauf, wie bei Forschungsgruppe Wahlen oder INSA. Das wird ein enges Rennen und es könnte sein, dass es nicht langt oder dass es ganz knapp reicht für den Einzug in den Kieler Landtag. Das müssen wir gleich bei den Koalitionsberechnungen auch mit bedenken. Bei den Grünen dagegen ist alles relativ stabil, seit geraumer Zeit werden ihr genau 12% prognostiziert. Insofern ist es auch einfach, wenn es gleich darum geht, den Schnittwert zu bilden. Der SSW, das ist der Südschleswig-Scheweler-Verband, der liegt bei 3 bis 4% und der ist ja, weil er die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein vertritt, von der 5%-Hürde befreit. Das heißt, er wird mit diesen Werten auf jeden Fall erneut in den Landtag einziehen. Die FDP liegt so im Mittel zwischen 9 und 10 Prozentpunkte und die AfD liegt irgendwo zwischen 5 und 6 Prozentpunkte bei den neuesten Umfragen. Schauen wir mal an, was diese neuen Umfragen jetzt bewirken im Hinblick auf die Koalitionsmöglichkeiten. Und da ist es so, dass ich die letzten vier Umfragen genommen habe und daraus den Mittelwert gebildet habe. Und da kommen wir bei der Linkspartei auf 4,6%, bei der SPD auf 30,8%, bei den Grünen auf 12%, beim SSW auf 3,3%, bei der FDP auf 9,1%, bei der CDU auf 32,0% und bei der AfD auf 5,5%. Das würde bedeuten, anhand dieser Schnittwerte, dass sechs Parteien den Einzug in den neuen Landtag schaffen würden und demzufolge ergeben sich, stand jetzt, folgende Koalitionsmöglichkeiten. Wenn wir auf Zweierbündnisse blicken, dann gibt es nur eine Koalition, die eine Mehrheit hätte. Das wäre die Große Koalition, die, im Unterschied zum letzten Video, jetzt allerdings CDU geführt wäre. Das heißt, damit wäre Daniel Günther am Ziel und er selbst Ministerpräsident, wenn es zu einer Großen Koalition unter diesen Voraussetzungen kommen würde. Die Frage ist, für die SPD allerdings, wie kann sie das Amt des Ministerpräsidenten verteidigen? Und da liegt es zunächst einmal nahe, für die SPD darüber nachzudenken, die Koalition einfach fortzusetzen, die bisher besteht. Das ist die sogenannte Dänenampel, bestehend aus SPD, Grüne und SSW. Und wir sehen hier den Wert, das sind momentan 46,1% und die habe ich einmal gelb hinterlegt. Das soll heißen, es liegt bei diesen Werten momentan keine Mehrheit vor. Allerdings ist man in einem Bereich der statistischen Abweichung. Also man ist gerade einmal weniger als 1% von einer eigenen Mehrheit entfernt. Und gerade bei den Schwankungen, bei den Prozentwerten, wie wir sie auch eben gesehen haben, bei den Umfragen, ist es also nicht unmöglich, dass diese Koalition dann am Wahltag sogar eine knappe Mehrheit bekommen könnte. Also unter Umständen wird es für eine Dänenampel in dieser Koalition reichen. Es wird aber eine sehr enge Kiste werden. Eine andere Option für die SPD wäre dann die Ampel, die mit 51,9% auch eine klare Mehrheit hätte. Allerdings ist da die Problematik, dass die Liberalen mit den Grünen nicht ganz grün werden in Schleswig-Holstein. Und insofern wäre das eine Koalition, die sehr schwer zu realisieren wäre. Allerdings hat die CDU das gleiche Problem. Wenn die große Koalition nämlich nicht funktioniert, weil es die SPD nicht möchte, fehlt der CDU so eine richtige Alternative. Was zwar ginge, wäre die sogenannte Jamaika-Koalition, aber auch da müsste man Grüne und FDP für eine Koalition gemeinsam gewinnen. Und das ist ja wohl dann genauso schwer wie eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Und zu guter Letzt gäbe es rein theoretisch auch noch eine Mehrheit für FDP, CDU und AfD, die allerdings auch nur ganz knapp wäre. Deswegen habe ich es auch noch etwas heller, also blasser Grün hinterlegt. Aber diese Koalition erscheint nicht im Bereich des Realistischen. Das also anhand der Möglichkeiten, anhand der Schnittwerte, wie wir sie hier haben. Aber wir sehen, es gibt mindestens zwei Parteien, die doch recht nah an der 5%-Hürde sind. Das sind einmal die Linken, aber auch die AfD ist mit 5,5% nicht ganz so weit entfernt von der 5%-Hürde. Und deshalb sollten wir auch noch mal zwei andere Fälle durchspielen. Der erste Fall lautet, die Linken schaffen den Einzug in den Landtag. Gehen wir mal von genau 5,0% aus, dann sehen wir, würde sich, was die Koalition betrifft, ein noch klareres Bild ergeben. Denn dann würden diese Dänenampel und auch die Koalition aus FDP, CDU und AfD gar keine Mehrheit haben, beziehungsweise gar nicht in der Nähe einer Mehrheit sein. Das heißt, es gäbe hier drei realistische Optionen, die Große Koalition, die Ampel und die Jamaika-Koalition. Und was diesen Fall betrifft, muss man sagen, gilt das eben Gesagte. Die Ampel und die Jamaika-Koalition dürften sehr problematisch sein zu realisieren. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das hinzubekommen, aber es wird sehr, sehr schwer werden. Und demzufolge sieht es dann erst einmal ganz klar danach aus, als würde es hier dann auf eine große Koalition hinauslaufen. Und damit würde die SPD das Amt des Ministerpräsidenten verlieren. Und das ist im Grunde mal so nebenbei gesagt natürlich etwas paradox, weil die Prozentwerte für die CDU jetzt gestiegen sind und die CDU vor der SPD liegt. Aber bei den Beliebtheitswerten das Bild dann doch immer noch andersherum ist, denn dort liegt Thorsten Albig klar vor Daniel Günther. Bei den neuesten Werten sind es 48 zu 27 Prozent laut Infratest-DiMAP vom 27. April und 46 zu 31 Prozent am gleichen Tag von der Forschungsgruppe Wahlen zugunsten des SPD-Kandidaten, also des amtierenden Ministerpräsidenten. Aber trotz dieser doch dann besseren Zustimmungswerte liegt die CDU momentan vorne. Allerdings könnte, und hier seht ihr schon den zweiten Fall, den wir gleich betrachten werden, allerdings könnte diese hohe Zustimmung auch dazu führen, dass die SPD am Wahltag nochmal einen kleinen Boost erlebt. Das ist bei den letzten Landtagswahlen noch immer wieder gut zu beobachten gewesen, dass die Amtsinhaber, wenn sie beliebt waren, nochmal ein paar Extrastimmen am Wahltag von den Kurzanschlossenen erhalten haben. Also es wird ein sehr enges Rennen werden zwischen SPD und CDU. Das hier wäre dann der Fall, dass die AfD den Einzug in den Landtag verpassen würde und die Linke auch nicht in den Landtag einziehen würde. Es gibt zwar keine Umfrage, die die AfD bei unter 5 Prozent sieht, aber es gab Umfragen, die die AfD bei genau 5 Prozent sehen. Also insofern ist das auch eine denkbare Möglichkeit, die am Ende bei herauskommen könnte. Und für diesen Fall gäbe es jetzt noch andere Koalitionen, die möglich wären. Also klar, die große Koalition ginge weiterhin, auch die Ampel und Jamaika hätten eine Mehrheit. In diesem Fall könnte aber die SPD ihre Dänenampel fortsetzen und das würde sie dann wahrscheinlich auch tun. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit einer Koalition aus CDU und Grünen, also ein schwarz-grünes Bündnis und eventuell, je nach Wahlausgang, könnte auch die SPD mit den Grünen zusammen eine eigene Mehrheit haben. Aber das ist dann eher, so wie es aussieht, momentan nicht der Fall. Wobei, da müsste ja auch schon die AfD unter 5 Prozent liegen. Also das sind dann mehrere Dinge, die eintreten müssten. Aber es gäbe zumindest noch ein paar weitere Koalitionen, wobei dann doch relativ klar ist, bei so einer Konstellation würde es mit der Dänenampel weitergehen, denn sowohl SPD, Grüne als auch SSW würden diese Koalition weiterführen wollen. Und insofern gäbe es auch keinen wirklichen Grund für die Grünen jetzt zur CDU zu schwenken. Aber das hier ist eben das Bild, das wir momentan haben und für diesen Fall dürfte es sehr, sehr spannend werden. Denn wie gesagt, auch wenn die SPD jetzt wieder etwas hinter der CDU liegt, die Beliebtheitswerte sind für den amtierenden Ministerpräsidenten dann doch die besseren. und vielleicht wird es dann ein sehr, sehr knappes Ergebnis werden, wie vielleicht vor fünf Jahren. Und dann werden Nuancen entscheiden, ob zum Beispiel auch die Dänenampel wieder eine Mehrheit haben wird. Dann wird man diese Koalition eingehen. Und wenn nicht, dann wird es spannend werden zu sehen, wie die Koalitionsverhandlungen verlaufen werden. Also die FDP ist prinzipiell nicht so erfreut von einer Koalition mit den Grünen. Aber die FDP könnte eben sowohl mit der CDU als auch mit der SPD eine eigene Mehrheit haben. Und insofern wird es dann spannend sein, ob die FDP sich bereit fühlt, in eine Regierung zu gehen und dann sozusagen dann doch mit den Grünen koaliert. Oder ob die FDP ganz klar auch bei den Koalitionsverhandlungen nicht mit den Grünen ein Bündnis eingehen möchte. Dann würde es auf eine große Koalition hinauslaufen. Und dann wird es eben ganz entscheidend sein, wer am Wahltag wirklich vorne liegt. Ob die CDU das Amt des Ministerpräsidenten zurückerobern kann oder ob die SPD das Amt verteidigen kann.